und für schon ziemlich gechillt auf einfach die 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 um nur darauf die holen müssen die kippe 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 das leute für diese Wenn er 8 Leute killt, dann ist das ein 8-Kill-Blow. Alles kaputt machen. Ich bin der Kaputtmacher. Der Zerstörer von Welten. Horrify. Oh, hab ich ein Horrify bekommen. Channel the Horrors of the Unformed Land and Frighten Nearby Enemies. Geil. Mal sehen. Ja, super. Ich renne einfach nur weg. Ich glaube, er freut mich doch lieber mal in Zombiehunde. Jetzt kommen sie eh nicht an mich ran. Ich fühle mich da mit einer Fähigkeit, die mich wegschiebt. Ach stimmt, ich muss die Krypten durchsuchen. Wenn ich die Krone wieder finde. Ich würde sagen, es ist cool, aber das geht nicht. Ich meine, Zombie-Docs wieder haben. Das Horrify ist irgendwie völlig rissinnlos. Wo sie ehrlich ist. Ich will wissen, wenn du in eine Falle tappst und dann ringsrum die Gegner hast. Aber sonst doch nicht. So, jetzt mal schnell zurück teleportieren. Und dann gerne Scheiß verkaufen. Nimm uns Rüst dran. Ding! Ach, mit dem muss ich... Nein, ich muss mit dem reden. KRAFT! Ach nein, weiter. TORK! Hört es euch selber an, wenn ihr euch die Upload kauft. Ich habe keine Lust, jetzt mit dem ganzen Scheiß durchzuhören. Aber das Inventar-System ist ganz gut. Es ist ein gutes automatisches System. Macht keinen Mist. Und es macht schon sinnvolle Anordnungen. Beziehungsweise... Es ist relativ eintönig, wie viel Platz so ein Ding wegnimmt. Deswegen kann es da nicht so viel falsch machen. Kling! Oh! 12.48. Stimmt, das wird man in allen Diablo-Aufnahme-Videos sehen. Wann das gedreht wurde. War eigentlich mal interessant darauf zu achten. Na komm. Das hier mal kommentieren müssen, Anna. Also es gibt übrigens auch Emotes. Go in peace. I need help. Follow. Take this. Thanks. Take this. My mistake. This will hurt. Leave now. A moment. It is time. Das sind so die Standard Emotes. Die liegen auf dem Nummern-Taster. Also Nummern-Block. Von 0 bis 9. Stop. Das hilft schon sicher beim Kommunizieren einfach online. Mit zufälligen Fremden, ja. Das hilft das mit Sicherheit schon ganz ordentlich. Ich hab das Vergnügen jetzt noch nicht nur zufälligen zu spielen. Sterbt doch einfach alle. Ehrlich, da kommen die alle so einzeln. Kommt doch auf einen Haufen, mach doch eh alle platt. So wie die hier. I do not have enough mana. I do not have enough mana. Putzle. Putzle. Oh, der teleportiert sich ja. Ich hasse sowas. Teleporter Minion, ehrlich. Dann geht auf jeden Fall. Dann geht auf jeden Fall an meinen Viechen vorbei. Wie ihr seht, eine gewisse Wahrscheinlichkeit kommen aus solchen Zombies dann, wenn sie sterben, werden da solche Zombie-Oberkörper draus, die dann immer noch rumkrabbeln und versuchen sich zu töten. Oh, ich geh jetzt wieder hoch. Oh, ich geh jetzt wieder hoch. Oh, ist ja nichts mehr. Juhu. 14 Monster gekillt. 50 zusätzliche Mana. Frenzy schreien. Die leuchten so schnell auf, wenn man sie trifft. Super. Muss ich nicht gucken, ob ich sie treffe. Nummer 42er Bonus. Ja. 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 Oh, ich glaube, ich finde das eine Runde LOL. Leute, ich hatte seit gestern gestern war das so ein geiles LOL-Spiel. Ich bin ja eigentlich kein Support-Spieler, sondern ich spiele eigentlich lieber irgendeinen Carry oder Solo-Top-Tank-Variante. Aber ich habe gestern Support-Tarek gespielt mit einer Lane auf Twitch, der es überhaupt nicht drauf hatte. Somit habe ich unseren ersten Kill gemacht, weil der Twitch einfach rein ist und nicht schon hinterher und habe mir gedacht, wenn dann hier auch einer mit einem Auto-Attack drauf geht, dann kill ich den halt. Wir hatten gegen uns in Nidalee und Master Yi, die es noch weniger drauf hatten im Ranked. Es war einfach nur zu göttlich. Ich hatte am Ende 50 Kills, hatten mein ganzes Team. Und ich hatte Stats 7, 1, 2 und 30. Also nur ungefähr 10 Kills, an denen ich nicht beteiligt war. Das war schön, das war schön. Das war sozusagen Carry-Tarek in der Runde. Ach, Lo-Elo macht einfach zu viel Spaß. Wow! Wie will ich mein Franzi noch? Stirb! Mein Franzi reicht noch. Mach euch alle kaputt. Ey, es stirbt dort. Ach, jetzt hör auf hier. Ehrlich. Ich... 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 Achja, schöne Grüße an Gubi, und Anne und Tom war noch dabei, und, ne Anne hatte ich schon, er war noch dabei, Felix war noch dabei, nein, ich will nicht zum Entrance, ähm, Moment, mir fällt gerade nicht ein wie unser, also Felix, Tom, Marco, Jan, zum Beispiel auch noch, No, I will not allow you to bring that monster to the Oric back to this world, Bleib hier, ja, Mistvieh, Stop an Gift, aber ich kriege gar nicht mehr zusammen, weil da alles dabei war, ach Linda war zum Beispiel auch noch dabei, stimmt, da war sowas, also wir waren acht Leute, So, Linda, Anne, Marco, Felix, ich, Tom, Jan, da fehlt noch unser zweiter Fahrer, mir fällt der Name nicht ein, ficken, Mir fällt der Name nicht ein, 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 ach shit, Und, hey, ich wähle 4K zusammen, ich kann auch das ansprechen, ich kann noch einmal trainieren, Soll ich es neu bekommen? Wow! Okay, also 21 sollte ich eigentlich den Asteroid trainiert haben. Hmmm. Hmmm. Oh nice. Journeyman Arming Cap. Ein goldenes Item beim Schmied? Okay, da brauche ich auch Fallen 2s, aber trotzdem. My Cryo Level 17. Und das ist ein Helm. Für mich. Okay, das sieht so aus. Hmmm. In dem kann ich noch über irgendwas reden. Hmmm. Interessanter Ausdruck von Lass mich in Ruhe. Einfach Interrule Found. Ähm. Ich habe hier einen besseren Decker. Würde ich doch mal den nehmen, oder? Der soll glaube ich auch nicht... Nein. Nicht tauschen. Das glaube ich auch nicht schlecht, weil der hier ist für... Ich habe keine Levelvoraussetzung. Dann hat er mit 12,0 Schaden bei Level 1 an. Das ist schon heftig. Ich habe hier einen schönen Tag mitmitteln. Ich habe hier einen langen Tag mitmitteln.